Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über die Wahlen in den USA. Ich möchte hier drauf eingehen, es gibt ja zwei Kandidaten, die bereits feststehen und das möchte ich mir natürlich astrologisch anschauen, ob es nun Hillary Clinton werden soll oder Donald Trump, aber ich möchte mir auch eine dritte Option anschauen, denn die steht aus meiner Sicht durchaus auch im Raum und diese dritte Option, das ist nicht etwa dieser lächerliche libertäre Kandidat, der da mit ins Spiel gebracht werden soll, sondern die dritte Option ist Obama selbst. Und unter diesen ganzen Aspekten möchte ich mir das dann auch astrologisch anschauen, da gibt es also jede Menge Horoskope, die ich dazu gesammelt habe. Ich habe also hier diese ganze Liste an Horoskopen, die hier aus meiner Sicht eine Rolle spielen. Also das ist einmal die Nominierung natürlich von Trump, das ist die Nominierung von Hillary Clinton, das gibt auch ein Horoskop zum Endorsement durch Sanders von Clinton. Aber dann sind natürlich interessant die Horoskope von Clinton und Trump selber, es ist sehr interessant auch natürlich zu schauen, was hat der Obama für ein Horoskop, da gibt es auch im Übrigen Jahr 2, durch das wahrscheinlicher gefälschte Birth Certificate, also Geburtszertifikat, Geburtsurkunde, dass er eben möglicherweise in Kenia geboren ist und nicht in den USA und dann gibt es natürlich einige Horoskope, die für die USA selbst sehr, sehr interessant sind. Das ist natürlich der Independence Day, der berühmte 4. Juli, aber es wurde ja im Grunde schon die Unabhängigkeit der USA am 2. Juli erklärt und das ist eigentlich ein Horoskop, was viele Astrologen, auch mundanen Astrologen für die USA eigentlich als das Relevantere betrachten. Ein ganz wichtiger Meilenstein in der US-Geschichte war natürlich der Federal Reserve Act, also die Gründung der Federal Reserve, denn das ist im Grunde der Moment, wo die USA von den Banken komplett übernommen wurden und das spielt natürlich auch eine Rolle. Dann gibt es 9-11 natürlich auch noch als weiteren einschneidenden Faktor und das wären also dann noch die Termine der Öffnung und der Schließung der Wahllokale. Es gibt also einiges anzuschauen im Zusammenhang mit diesen Wahlen in den USA und wie gesagt, es gibt da diese dritte Option, dazu gibt es auch ein ziemlich ausgiebiges Material, also was natürlich belegt, mit welchen Executive Orders Obama agieren kann und das ist also nicht ohne, wenn man sich das anschaut. Dann sollte man sich natürlich auch anschauen, wem das noch nicht aufgefallen ist, also neben allem, wie die Clinton natürlich drin hängt mit ihren E-Mails und ihren ganzen Lügen und so weiter. Gibt es natürlich auch noch ein anderes Thema mit Hillary Clinton und zwar ist das die Gesundheit von Hillary. Ja, also es gibt viele Menschen, die sagen, also hier bei Breitbart wird das publiziert, hier das Susan Sarandon, das also in Zweifel zieht, dass die Gesundheit von Clinton das mitmacht und ich finde auch, wenn man sie in Videos sieht, sieht das nicht wie eine gesunde Frau aus. Und dann gibt es auch eine ganz klare Ansage von einem Arzt, der eben sagt, ihre Medikamente könnten sie umbringen. Menschen, also dass sie seit den 90er Jahren schon so Medikamente für den Blutfluss nimmt, also dass sie so Probleme hat mit der Verklumpung ihres Blutes und also seit 1998, also seit 18 Jahren nimmt die Frau Medikamente, die also hohe Gesundheitsrisiken beinhalten. Bei Trump wurde ja schon lange spekuliert, hier zum Beispiel von Henry Macau, ob er eigentlich nur der Clown ist, der angetreten ist, um die Clinton ins Amt zu bringen. Ja, also dass man einen aufbaut, der sich dann so lächerlich verhält, dass am Ende er einfach nicht wählbar ist. Da wird ja gerade auch zur Stunde drüber diskutiert. Und genau das in dieses Horn bläst ja auch Obama, wenn er eben sagt, der Trump sei also wirklich nicht in der Lage, als Präsident zu dienen. Ja, und das ist also ja wirklich eine harte, harte Ansage eines amtierenden Präsidenten über einen potenziellen Nachfolger. Und dann gibt's natürlich zu Obama noch eine ganz andere Nummer. Davon mag man halten, was man will. Aber im Britischen Express wird das zum Beispiel hier auch da berichtet, dass es ja auch Offenbarungen gibt oder Voraussagen, Vorhersagen, Prophezeiungen, die Obama als letzten gewählten US-Präsidenten sehen. Und auch das ist ja ein Thema, was man mit in die Untersuchungen mal mit einbeziehen kann. So, das heißt also, es ist eine Menge anzuschauen. Und wenn wir hier mal anfangen, dann sehen wir also, dass wir hier den US Independence Day haben innen und außen wären das die Eröffnung der Wahllokale. Und sehr interessant ist hier natürlich schon mal zu sehen, dass Orkus heute wieder an der gleichen Stelle steht, also zum Zeitpunkt der Wahlen, beides bei 9 Grad in der Jungfrau. Und Orkus ist ein ziemlich unangenehmer Geselle. Also er ist sozusagen der astronomische und damit auch astrologische Zwilling von Pluto. Ja, da habe ich auch schon mal ein ausführlicheres Video zu gemacht. Kann man sich auch anschauen, wenn man das möchte, zu Orkus und seinen Eigenschaften und auch seinen Bezügen zu Pluto. Das heißt also, da ist etwas, wo es um Themen geht, die was mit Grausamkeit, mit Abgründigkeit, mit Schicksalhaftigkeit auch zu tun haben. Und da steht auch noch der Mondknoten der Wahlen drauf, also des Wahltermins. Und dann hat man hier auch den Wahltermin auf dem Pluto der Unabhängigkeit stehen. Also auch ein Aspekt für Gewalt, für eben auch etwas, was unter Umständen, naja, nicht so umgesetzt wird oder eben mit Gewalt in eine ganz andere Richtung gelenkt wird. Man hat den Neptun der Wahlen auf dem Nessus. Das heißt also, da kommt auch vieles an Gift zusammen und an Verrat und Vergewaltigung. Was wird hier getäuscht und auch vergewaltigt? Also dann das amerikanische Volk. Und man hat hier auch den Jupiter, der hier auf den Saturn des Gründungshoroskops trifft. Und das ist natürlich auch etwas, wo es um eine große Machtfülle geht, die dann sich öffentlich da manifestieren könnte. Und der Saturn steht am Aszendenten des Gründungshoroskops, also der Saturn der Wahlen. Auch, es kann natürlich einfach ein Zeichen sein für eine legale Aktivität, auch die da stattfindet. Aber es kann natürlich auch einfach ein Thema sein, wo es eben einfach darum geht, dass auch etwas dann eingeschränkt wird. Man hat also hier schon einen interessanten Blick. Man kann natürlich auch, wenn ihr euch sagt, das wird gerne auch ein bisschen passiert. Und dann geht es halt um die Wahlen vorher und ein bisschen drücken. Und dann kommt auch die Wahlen zu dem, also 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 die Wahlen zu dem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017